Hallo zusammen, heute und in den nächsten drei Videos auch wollen wir uns mit dem nächsten Text von Thomas Nagel beschäftigen, nämlich mit seinem Aufsatz zum Panpsychismus. Ja, unter Panpsychismus, da versteht man normalerweise irgendeine These, nach der alle Dinge beseelt sind oder ein Bewusstsein haben oder vielleicht ganz neutral ausgedrückt psychische Eigenschaften haben und zwar unabhängig davon, ob es sich um belebte Dinge handelt oder unbelebte Dinge. Wenn ihre erste Reaktion auf diese These darin besteht, erstmal zu sagen, was bitte, dann sind sie nicht allein. Der Panpsychismus ist eine These, die relativ selten explizit vertreten wird. Trotzdem hat der Panpsychismus in der westlichen Philosophie eine relativ lange Geschichte. Das lässt sich schon bis an die Anfänge in der griechischen Philosophie zurückverfolgen. Thales, dem bekannten Vorsokratiker, wird die These zugeschrieben, dass alles voll sei von Göttern. Aristoteles zitiert ihn so in De Anima. Und auch ein anderer Vorsokratiker, der Anaxagoras, scheint so eine Art Panpsychismus vertreten zu haben. Seiner Meinung nach ist es nämlich nicht möglich, dass neue Elemente aus den bereits vorhandenen entstehen. Das heißt, es kann kein Geist aus der Materie entstehen. Ein ganz interessantes Argument, das nicht so unähnlich ist dem, was wir jetzt gleich bei Nägel besprechen wollen. Auch in der Neuzeit gibt es durchaus einige Philosophen, denen man panpsychistische Neigungen zuschreiben könnte. Da ist zum einen Spinoza. Spinoza hat ja, wie Sie vielleicht wissen, diese Theorie, dass es nur eine einzige Substanz gibt, die entweder Gott oder Natur genannt werden kann, das berühmte Deus Sive Natura. Und diese eine neutrale Substanz hat sowohl mentale oder psychische als auch physische Aspekte. Hier berühren sich also, wie das des Öfteren auch nochmal geschieht, der Panpsychismus und der Pantheismus. Also alles ist göttlich und alles ist beseelt zugleich. So bei Spinoza. Im 19. Jahrhundert dann ist das sogar eine Position, die relativ weit verbreitet gewesen ist. Also wenn Sie sich Leute angucken wie Hermann Lotze oder Wilhelm Wund, werden Sie feststellen, dass die ein paar Präferenzen Richtung Panpsychismus entwickelt haben. Auch Schopenhauers Theorie, dass der Wille das Ding an sich ist, kann man durchaus als ein bisschen panpsychistisch angehaucht verstehen. Und nicht zuletzt William James neigt dieser These auch ein wenig zu. Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts wird dann tatsächlich über den Panpsychismus in der Philosophie des Geistes durchaus vermehrt diskutiert. Nicht zuletzt auch wegen Nagels Aufsatz, den wir uns hier anschauen wollen. Also so komisch es auch klingen mag, wir sollten die These des Panpsychismus erstmal ernst nehmen und prüfen, was ganz nüchtern betrachtet für und gegen sie spricht. Also schauen wir mal in den Text rein. Nagel fängt gleich damit an, dass er den Panpsychismus definiert. Und zwar tut er das wie folgt. Er schreibt, unter Panpsychismus verstehe ich die Ansicht, dass die grundlegenden physikalischen Bestandteile des Universums, ob sie in lebendigen Organismen vorkommen oder nicht, psychische Eigenschaften haben. Und er fährt dann gleich weiter fort. Diese Ansicht folgt offenbar aus wenigen simplen Prämissen, von denen eine jede plausibler ist als ihre Negation. Wie wohl vielleicht nicht plausibler als die Negation des Panpsychismus selbst. Also was Nagel hier unter Panpsychismus verstehen möchte, ist erstmal nur eine relativ schwache Form von Panpsychismus. Alle Materie, materiellen Dinge, sagt er, sollen eine Form von psychischen Eigenschaften haben. Damit ist nicht gemeint, dass sie ein Bewusstsein oder Subjektivität besitzen. Das wäre eine deutlich stärkere Form von Panpsychismus, sondern einfach nur irgendwelche psychischen Eigenschaften. Was genau das heißen soll, da müssen wir gleich noch drüber reden. Methodisch gesehen baut er seinen Aufsatz so auf, das sagt er auch jetzt hier gleich am Anfang, dass er meint, aus vier Prämissen, wenn man die akzeptiert, folgt eigentlich mit Notwendigkeit der Panpsychismus. Jede dieser Prämissen ist für sich betrachtet prinzipiell glaubwürdig. Das heißt, es spricht mehr für diese Prämisse als dafür, dass sie falsch ist. Das bedeutet, wenn man jede dieser vier Prämissen unterschreiben kann, die ich Ihnen gleich noch nennen werde, also wenn man jede dieser vier Prämissen akzeptieren kann und Nagel meint, es gibt gute Gründe, genau das zu tun, dann bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als auch den Panpsychismus zu akzeptieren. Gut, was sind nun also diese vier Prämissen, von denen Nagel redet? Prämisse Nummer eins, das läuft unter dem Namen materielle Zusammensetzung. Damit ist ganz einfach gemeint, alle Wesen bestehen aus Materie. Also alles, was existiert, alles, was es gibt, ist Materie. Alle Wesen sind komplexe Systeme von Materieteilchen, die in einer bestimmten Art und Weise arrangiert sind und die sich permanent nach bestimmten Mustern verändern. Also unser Körper oder auch die Körper der Tiere oder auch Pflanzen oder was weiß ich, was es noch alles geben mag auf dieser Welt, sind nur komplexe Ansammlungen und organisierte Veränderungsmuster von Materie. Es gibt dabei keinen Unterschied zwischen der belebten und der unbelebten Materie. Alles besteht aus der gleichen Materie. Es gibt nicht zwei Sorten von Materie oder sowas, sondern es gibt nur die eine Materie, manchmal belebt, manchmal unbelebt. Nagel formuliert das ganz schön, wenn er da sagt, wir bestehen alle aus Materie, die eine großenteils unbeseelte Geschichte hinter sich hatte, bevor sie ihren Weg auf unsere Teller pfand. Nagel meint dann auch, Materie sei ursprünglich Bestandteil der Sonne gewesen, was nicht so ganz richtig ist physikalisch betrachtet. Also genau genommen stammt alle Materie, die es im Sonnensystem gibt, aus der sogenannten Urwolke. Also eine große Ansammlung von Wasserstoff, Helium und interstellarem Staub, der einerseits im Urknall entstanden ist und andererseits aus den Resten einer früheren Generation von Sternen bestanden hat, die bereits untergegangen sind. Aus deren Überresten haben sich dann neue Sterne unter anderem unser Sonnensystem gebildet. Also wenn Ihnen irgendjemand mal sagen sollte, dass wir alle in Wirklichkeit Sternenstaub sind, so poetisch das klingen mag, das ist tatsächlich korrekt. Alle Materie, die es gibt, sind nur Überreste früher bereits existierender Sterne. Sie und ich und alles, was um sie herum existiert, besteht aus den Abfallprodukten früherer Generationen von Sternen. Gut, es ist also immer dieselbe Materie. Das ganze Universum ist nichts anderes als eine riesige Umwälzungsmaschine, die die immer gleichen Materiepartikel neu zusammenwürfelt und arrangiert. Prinzipiell gilt das für alles. Also mein Körper besteht aus Materie. Wo kommt diese Materie her? Naja, ich muss halt irgendwas essen, ich muss atmen und so weiter und so fort. Das heißt, ich nehme irgendwelche Materiepartikel aus dem Universum zu mir und verarbeite die in meinem Körper zu einem anderen Materiepartikel, den ich meinen Körper nenne. Wir brauchen an keiner Stelle irgendwelche anderen Sachen als Materie. Also irgendwo steht eine Kuh auf der grünen Wiese und diese Kuh frisst das Gras auf der Wiese. Woher kommt das Gras? Naja, aus Sonnenlicht und den Mineralstoffen im Boden und im Wasser und so weiter. Die werden irgendwann zu Gras. Die Kuh macht aus diesem Gras unter anderem Milch. Diese Milch kann nicht trinken. Aus dieser Milch wird mein Körper. Also ein geschlossener Kreislauf von Materie. An keiner Stelle kommt irgendwas anderes in diesen Kreislauf rein. An keiner Stelle muss ich irgendeine geheime Zutat hinzufügen oder so etwas. Alles ist nur Materie. Die zweite Prämisse von der Nägel ausgeht, das ist die Negation des Reduktionismus. Das ist ein Thema, das Sie inzwischen ganz gut kennen sollten, insbesondere aus dem Fledermausaufsatz. Es ist ganz einfach die Idee, die wir schon des Öfteren hatten, dass psychische Eigenschaften nicht reduzierbar sind auf physische Eigenschaften und auch nicht damit identisch. Nur ganz kurz zur Erinnerung. Sie können ja noch mal im Fledermausaufsatz nachschlagen, wenn Sie es genauer wissen wollen. Das geht nicht. Man kann das Psychische nicht auf das Physische reduzieren, weil den physischen Eigenschaften der subjektive Charakter fehlt. Jede Aufzählung von Hirnzuständen, Verhaltensweisen und so weiter, die man über mich als Person machen könnte, ist logisch gesehen damit vereinbar, dass es nicht irgendwie ist, ich zu sein. Dass es also keinen subjektiven Charakter gibt, der noch zusätzlich zu diesen physischen Eigenschaften hinzukommt. Also das ist eine These, die wir lang und breit besprochen haben. Deswegen gleich weiter zur Prämisse Nummer drei. Prämisse Nummer drei heißt Realismus. Auch das ist eigentlich nichts Neues. Es ist nämlich die These, dass psychische Zustände real sind. Also Nägels Ablehnung des Eliminativismus. Die Realität des Psychischen ist nicht zu bestreiten. Die psychischen Eigenschaften sind aber auch, und das gehört auch in die Realismus-These mit hinein, sind auch Eigenschaften des Organismus, also des biologischen Systems. Sie sind nicht Eigenschaften von irgendwas anderem. Zum Beispiel sind sie insbesondere keine Eigenschaften einer immateriellen Seele oder so etwas. Also es gibt nicht noch irgendetwas anderes außer der Materie, also jetzt in Ergänzung zu Prämisse 1, was dann der wahre Träger der psychischen Eigenschaften sein kann. Punkt Nummer vier, die vierte Prämisse, das ist die Negation der Emergenz. Und da müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen, um nämlich zu erklären, was mit dem Begriff Emergenz gemeint ist. Emergenz ist eigentlich nur die etwas technischere Form zu sagen, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Gemeint ist damit, dass das Ganze Eigenschaften hat, die nicht allein durch die Eigenschaften seiner Teile erklärt werden können. Das klingt jetzt reichlich abstrakt. Versuchen wir es an einem Beispiel zu erläutern. Ein Vogelschwarm. Ein Vogelschwarm ist ein relativ gutes Beispiel für das Phänomen der Emergenz. Wenn auch nicht so unbedingt das beste Beispiel für das, was Nagel damit meint, aber da sage ich gleich noch was zu. Also ein Vogelschwarm entsteht aus den einzelnen Vögeln und ihren Bewegungen. Aber ein Vogelschwarm ist etwas Neues. Er ist etwas Komplexeres, also ein System, etwas Komplexeres als ein bloßer Haufen von Vögeln, die sich in irgendeiner Weise bewegen. Der einzelne Vogel im Schwarm, der folgt einfach nur bestimmten Regeln. Er orientiert sich so bei seinen Bewegungen an seinen Nachbarn, also hält einen gewissen Abstand ein zu denen oder bewegt sich ungefähr in die gleiche Richtung, in die die sich auch bewegen und so weiter. Aber aus der Summe dieser einzelnen Bewegungen jedes einzelnen Vogels, daraus entsteht dann eine bestimmte Bewegung des Schwarms insgesamt. Zum Beispiel weicht der Schwarm vielleicht einem Greifvogel aus, also etwas, der versucht, den Schwarm anzugreifen. Es ist jetzt nicht so, dass jeder einzelne Vogel in diesem Vogelschwarm versuchen würde, dem Angreifer auszuweichen, sondern die einzelnen Vögel selber, die orientieren sich einfach an dem, was die anderen machen und folgen ein paar simplen Regeln. Vielleicht merken die gar nicht, dass der Schwarm angegriffen wird. Sie machen einfach das, was sie immer machen, nämlich sich an ihren Nachbarn orientieren. Aber der Schwarm als Ganzes weicht aus. Der Schwarm als Ganzes tut also etwas, was die einzelnen Bestandteile selbst nicht unbedingt tun. Da hätten wir also die Emergenz eines Phänomens. Also diese Einheit der Vogelschwarm, die bestimmte Dinge tun und lassen und wollen oder beabsichtigen kann oder sowas, die emergiert aus den einzelnen Bestandteilen und ist mehr als nur die Summe der einzelnen Bestandteile. Das passt jetzt leider nicht so ganz auf diese Form von Emergenz, die Nägel im Sinn hat, denn beim Vogelschwarm entsteht ja nichts qualitativ Neues. Also die Bewegung des Schwarms ist immer noch vollständig erklärbar durch die Bewegungen der einzelnen Vögel. Also wir haben ja nicht so eine Erklärungslücke, wie Nägel sie für die Emergenz des Psychischen versteht. Emergenz des Psychischen würde etwas anderes heißen, ein bisschen anderes. Das würde nämlich bedeuten, wenn physikalische Systeme eine bestimmte Komplexität erreicht haben, dann entsteht das Psychische. Aber das Psychische kann eben nicht allein durch die Eigenschaften des Physischen erklärt werden. Nägel meint, aus der bloßen komplexen Anordnung von Materie entsteht nicht einfach so das Psychische. Für ihn ist Emergenz prinzipiell eine Sache, die nichts mit der Realität, sondern unserem Wissen von der Realität zu tun hat. Er drückt das so aus, wenn er schreibt, Emergenz ist eine epistemische Angelegenheit. Emergenz sind beobachtete Qualitäten eines Systems, die wir aus den Eigenschaften, die dessen inneren Bestandteilen bis dato zugeschrieben werden, nicht herleiten können. Also wenn es irgendwie nach Emergenz aussieht, dann ist es eigentlich nur eine Wissenslücke. Unser Problem liegt darin, dass wir einfach nicht wissen, wie diese Entstehung kausal funktioniert. Also wir wissen nicht, woher die Eigenschaften kommen. Aber bloß, weil wir nicht wissen, woher die Eigenschaften des komplexen Systems kommen, heißt das noch lange nicht, dass wir annehmen, sie würden einfach so aus dem komplexen System entstehen. Emergenz ist nur ein etwas vornehmerer Ausdruck für Nägel dafür, dass wir noch keine Erklärung gefunden haben. So, das waren sie, unsere vier Prämissen. Nägel sagt jetzt, jede dieser Prämissen ist prinzipiell plausibler als ihr Gegenteil. Warum? Nun gehen wir es mal der Reihe nach durch und fragen uns, was hieße das denn, diese Prämissen jeweils zu bestreiten? Prämisse 1 ablehnen, also die Prämisse der materiellen Zusammensetzung ablehnen, das würde bedeuten, ja, dass es eben nicht nur Materie gibt, sondern auch etwas mehr. Was sollte dieses etwas mehr sein? Naja, es könnte eine immaterielle Seele geben oder so etwas oder vielleicht so eine Art Lebenskraft, die dafür sorgt, dass Materie belebt wird, also eine bestimmte Eigenschaft, die belebte Materie von unbelebter Materie unterscheidet. Das war bis ins 19. Jahrhundert hinein eine durchaus nicht selten vertretene Theorie, dass es so etwas wie einen speziellen Lebensodem gibt oder so etwas, oder dass es eine spezielle Art von Materie gibt, die nur belebten Dingen zukommt und nicht den unbelebten. Aber im Angesicht der zeitgenössischen Naturwissenschaften und auch im Angesicht der zeitgenössischen Philosophie sind das beides Thesen, die man eigentlich nicht sinnvoll vertreten kann. Eine immaterielle Seele ist an sich schon irgendwie begrifflich schwer zu denken. Was soll das sein? Wie soll das funktionieren? Woran soll man erkennen, dass es so etwas gibt und eine Lebenskraft, die Materie zu belebter Materie macht? Das ist relativ unverständlich. Also woher kommt denn bitte schön diese Lebenskraft? Oder wie wird aus unbelebter Materie plötzlich belebte Materie? Das ist alles überhaupt nicht klar, wie das funktionieren könnte. Also die Ablehnung dieser These 1 ist ziemlich unplausibel. Wie sieht es aus mit der zweiten Prämisse? Also die Kein-Reduktionismus-Prämisse. Wenn wir das ablehnen würden, dann würde es bedeuten, dass Bewusstsein eben doch irgendwie aus Materie hervorgeht. In der Gegenwart ist das tatsächlich eigentlich die Standardposition in der Philosophie des Geistes. Die meisten in diesem Feld gehen davon aus, dass diese Prämisse tatsächlich nicht verkehrt ist, dass ein Reduktionismus sehr wohl möglich ist. Aber Sie wissen auch, Nagel sieht das anders. Für Nagel ist der Reduktionismus unplausibel und führt nicht zum Ziel, siehe den Fledermausaufsatz. Was wäre, wenn wir Prämisse Nummer 3 den Realismus ablehnen? Dann würde das darauf hinauslaufen, zu behaupten, dass es kein Bewusstsein gibt. Aber dass das Bewusstsein real ist, das steht ja vollkommen außer Frage. Wir selbst erleben es. Jetzt gerade in diesem Moment können Sie sich davon überzeugen, dass psychische Zustände real sind, weil Sie selbst nämlich gerade psychische Zustände haben. Was könnte klarer sein? Also Prämisse 3 abzulehnen, relativ unplausibel. Bleibt noch die Prämisse 4, die Emergenz. Was wäre, wenn wir sagen, naja, es gibt eben doch Emergenz? Emergenz würde, so wie Nagel das beschreibt, im Prinzip bedeuten, dass es keine Erklärung gibt. Das heißt, Dinge könnten ohne eine hinreichende physikalische Ursache entstehen. Aber das ist eine ziemlich komische Sache, denn wenn Dinge ohne irgendeine physikalisch erklärbare Ursache entstehen, dann nennt man das in anderen Kontexten zum Beispiel ein Wunder. Aber wenn Sie anfangen, an sowas zu glauben und sowas in Ihr Weltbild zu integrieren, dann geht die ganze Verlässlichkeit Ihres wissenschaftlichen oder naturalistischen Weltbilds flöten. Also Sie müssten auf einmal eine ganze Reihe von Sachen prinzipiell zulassen, die Sie nicht drin haben wollen. Also auch die Ablehnung der Prämisse 4 ist nicht unbedingt nachvollziehbar. Das heißt jetzt aber, wenn wir diese Prämissen alle vier einzeln und für sich betrachtet akzeptieren können, müssen wir uns eigentlich auch auf den Panpsychismus verpflichten. Denn dieser Panpsychismus folgt aus den vier Prämissen. Das Psychische existiert. Das ist ganz klar, das ergibt sich aus der dritten Prämisse. Aber wenn es existiert, es muss ja auch irgendwoher stammen. Nur woher? Es kann nicht aus der Materie stammen. Das ergibt sich aus Prämisse Nummer 2. Kein Reduktionismus. Es kann aber auch nichts Immaterielles sein. Das ergibt sich aus Prämisse 1. Und es emergiert nicht aus irgendwas dazwischen. Das ergibt sich aus Prämisse 4. Also der einzig mögliche Schluss lautet, es muss die Materie bereits in sich psychische Eigenschaften haben. Denn dann, wenn ich sage, die Materie hat einfach in sich bereits psychische Eigenschaften, dann muss ich die Entstehung des Psychischen gar nicht mehr erklären. Es ist einfach da, das Psychische. Es ist eine irreduzible, fundamentale Eigenschaft aller Dinge, die existieren. So wie zum Beispiel Masse oder so etwas. Also alles Materielle, was existiert, hat eine bestimmte Masse. Und das ist einfach eine Eigenschaft, die Dinge haben, die ihnen qua Dinge zukommt. Und genauso müsste man dann mit dem Panpsychismus sagen, ja, alle Dinge haben, genauso wie sie Masse haben, auch psychische Eigenschaften, die nicht abgeleitet sind aus was anderem, sondern die ihnen einfach so zukommen, weil sie eben Dinge sind. Nägel sagt jetzt allerdings, es gibt mindestens mal drei Probleme mit dieser These. Und diese drei Probleme, das sind die, die wir uns dann heute und in den nächsten beiden Wochen intensiver anschauen müssen. Problem Nummer 1 lautet, was heißt denn hier eigentlich psychisch? Also was sollen diese psychischen Eigenschaften, die auch unbelebter Materie zukommen, eigentlich sein? Problem Nummer 2, wieso gibt es denn keine Emergenz? Und was hat das mit Kausalität zu tun? Also irgendwo scheint da ein gewisses Verständnis von Kausalität im Hintergrund zu stecken, wenn man die Emergenz ablehnt. Und das muss bitte geklärt werden, was das ist und warum es deshalb keine Emergenz gibt. Und schließlich das dritte Problem, widersprechen sich nicht eigentlich unsere Prämissen 2 und 3. Also folgt nicht aus der Tatsache, dass man den Reduktionismus ablehnt, genauso die Ablehnung des Realismus. Was habe ich gerade gesagt? Also nochmal, folgt nicht aus der Ablehnung des Reduktionismus die Ablehnung des Realismus. Also wie kann man denn einerseits den Reduktionismus ablehnen, andererseits am Realismus festhalten? Das ist das Problem. So, schauen wir uns als erstes das erste Problem an, was relativ leicht sogar zu beantworten ist. Also die Frage, was ist das Psychische? Was ist etwas Psychisches? Wovon rede ich, wenn ich von den psychischen Eigenschaften der Materie rede? Nagel meint, das können wir uns ganz einfach analog dazu vorstellen, wie wir auch etwas als physikalisch oder physisch anerkennen würden. Er schreibt, neue Eigenschaften werden dann zu den physikalischen gerechnet, wenn man dadurch auf sie stößt, dass Erklärungen, die sich bereits auf zu dieser Klasse zählende Qualitäten beziehen, auf sie schließen lassen. Also das Bild, das er hier entwirft, ist ungefähr folgendes. Wir fangen mit bestimmten simplen, intuitiven Begriffen des Physischen an, also wie zum Beispiel Material, Gewicht und so weiter und gehen dann über zu immer komplexeren Begriffen wie Masse, elektrische Ladung. Und das Wichtige ist, dass es bei diesem Übergang von dem einen Begriff zum anderen, dass es da Erklärungsbeziehungen zwischen den Begriffen gibt. Also Gewicht kann ich beispielsweise erklären durch Masse und Gravitation. Und so kann ich Schritt für Schritt mein physikalisches Vokabular immer weiter erweitern. Also beispielsweise schauen Sie sich hier meine Kaffeetasse an. Ich kann sagen, die Kaffeetasse hat ein bestimmtes Gewicht. Die wiegt, was weiß ich, 250 Gramm oder so etwas. Und dann habe ich diesen physikalischen Begriff des Gewichtes. Und wie kann ich jetzt erklären, was Gewicht ist? Naja, ich kann sagen, die Tasse hat eine bestimmte Masse. Diese Masse wird, wenn sie ins Gravitationsfeld der Erde kommt, mit einer bestimmten Kraft auf den Erdmittelpunkt hingezogen. Und diese Kraft bewirkt dann eine bestimmte Gewichtsempfindung oder so etwas. Und dann kann ich erklären, was das Gewicht ist, indem ich neue physikalische Begriffe hinzufüge, nämlich Masse, Gravitation, Kraft und so weiter und so fort. Und prinzipiell können Sie das mit allen anderen physikalischen Begriffen genauso machen. Es gibt diese ununterbrochene Kette der immer weiteren Erklärbarkeit. Genau das Gleiche funktioniert mit dem Psychischen. Wir fangen bei irgendwelchen ganz alltäglichen psychischen Phänomenen an und gehen dann in unseren Erklärungsketten weiter. Also zum Beispiel, Sie sehen, dass irgendjemand in Lachen ausbricht und fragen sich dann, woher kommt das? Und dann erklären Sie sich das dadurch, aha, der hat gesehen, wie da gerade jemand gegen einen Laternenpfahl gelaufen ist und deswegen empfindet diese Person jetzt Schadenfreude. Also wir haben ein bestimmtes Verhalten. Dieses Verhalten wird erklärt durch bestimmte Wahrnehmungen und bestimmte Empfindungen. Das heißt, wir kommen auch hier von einem Begriff, der einen psychischen Gehalt hat, zum nächsten Begriff, der einen psychischen Gehalt hat. Und solange wir uns innerhalb dieser Kette bewegen, so lange sind wir im Bereich des Psychischen. So lange haben wir es mit psychischen Eigenschaften zu tun. Das Wichtige an der Stelle, das ist jetzt, dass diese Erklärungsketten, die physikalische und die psychische, parallel verlaufen. Das heißt, sie schneiden sich nicht. Keine Erklärung psychischer Fakten kommt irgendwann bei den physikalischen Fakten raus. Also keine physikalische Erklärung, das wäre jetzt die umgekehrte Variante, enthält dann etwas Psychisches. Nägel gibt ein ganz instruktives Beispiel, wie ich finde, wenn er da schreibt, wer von der Trockenheit auf den Zorn des Regengottes schließt, stützt seine Hypothese nicht allein auf physikalische Indizien, sondern gibt eine psychologische Interpretation. Nach dem vertrauten Muster menschlicher Motivation. Kein solcher Schluss, ob vernünftig oder nicht, gehört jemals zur Physik. Also in dem Moment, wo wir Absichten, Empfindungen, Gefühle und so weiter einbringen in unsere Erklärungskette, da haben wir die Ebene des rein physischen Verlassen. Da betreiben wir keine Naturwissenschaft in dem Sinne mehr. Oder könnte es nicht vielleicht doch anders sein? Kann es nicht sein, dass diese beiden Ketten sich doch irgendwann schneiden, selbst wenn man den Reduktionismus ablehnt? Könnte es nicht so etwas geben, wie etwas Drittes, auf das beide am Ende hinauslaufen? Also etwas, das weder physisch noch psychisch ist. Das wäre dann ein neutraler Monismus, von dem wir ganz am Anfang auch mal gehört haben, als es um das Leib-Seele-Problem ging. Der würde behaupten, es gibt eine Substanz, die weder psychisch noch physisch ist, aber die beide Eigenschaften hat. Also sowohl das physische als auch das psychische sind Eigenschaften oder Aspekte der einen neutralen Substanz. Aber meint Nagel, selbst dann könnte man diese Grundsubstanz, was auch immer das dann sein mag, weder physisch noch psychisch nennen. Also sie hat, sie ist selbst weder physisch noch psychisch, sondern sie hat nur diese beiden Eigenschaften. Das wäre immer noch nicht das, was die Naturalisten gerne hätten. Also es wäre nicht so, dass das psychische aus dem physischen erklärt werden könnte. Im Gegenteil, wir würden sagen, das physische und das psychische werden aus etwas anderem, etwas Drittem erklärt. Und ja, mit nicht ganz wenig Recht könnte man sowas immer noch in gewisser Weise eine Form des Panpsychismus nennen. Also Antwort auf die erste Herausforderung. Was heißt psychisch? Naja, psychisch ist das, was in die Erklärung anderer psychischer Begriffe eingebettet ist. Psychisch muss in diesem Sinne nicht auch bewusst heißen. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Also auch unbewusste Wünsche oder Ängste sind psychische Eigenschaften, weil wir diese Eigenschaften, diese unbewussten psychischen Eigenschaften brauchen, um andere psychische Eigenschaften zu erklären. Also wenn zum Beispiel jemand einen Waschzwang hat oder so etwas und ständig den Wunsch verspürt, sich die Hände zu waschen, dann ist das eine psychische Eigenschaft dieser Person. Und das könnten wir vielleicht erklären, indem wir der Person ein unbewusstes Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle oder so etwas zuschreiben. Also auch unbewusste psychische Eigenschaften sind psychisch, selbst wenn sie nicht bewusst sind. Aber sie stehen in einer Erklärungsverbindung mit anderen bewussten psychischen Eigenschaften. Das ist also nun erstmal die Klärung des entscheidenden Begriffs, nämlich des Begriffs des Psychischen, was wir bisher geleistet haben. Aber wie sieht es denn jetzt mit der Verteidigung der beiden anderen oder der anderen Prämissen aus? Darüber müssen wir uns dann beim nächsten Mal unterhalten.